So, dann wollen wir mit der Hauptquest weitermachen Es ist nicht mein Platz, Zeke, aber es sicherlich ist es besser, als du denkst. Vielleicht kannst du ein bisschen mehr in sie glauben. Ich verstehe. Ich sollte mit ihr sprechen. Vielleicht sollten wir sie ein bisschen calmieren. Wie geht es, dass wir die zwei Kinder erst einmal haben? Du bist richtig. Ich war zu schwer auf sie vorhin. Sie wahrscheinlich nicht möchte mich sehen. Oh. Muss ich jetzt nach Shirley schauen? Da hole ich mir vorher aber nochmal so ein Erkundungsding. Geh! 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 Hallo, der. Huch! Ähm, Zeke? Ich weiß, ich weiß. Ich sollte nicht so schrecklich gestorben und ihn schmerzen. Gott, ist das laut! Ich will ihn nicht. Ich bin nicht so schrecklich. Ich bin nicht so schrecklich. Es ist so schrecklich. da wollen wir noch vorher noch mal ein bisschen pullen 32 das heißt wir können dreimal ziehen ok ok ssa magma schild können wir noch mal für die schwarzen jetzt immer ziehen ganz in ordnung eigentlich was haben wir bekommen sommerkroos simulokroton ok Vielleicht können wir mal die Waffe ausprobieren. Dann bessern wir sie mal. Zeke wird dir vergeben. Dann muss ich ihr mal kurz folgen. Du fühlst dich besser? Zeke, ich... Du bist eine große Frau jetzt. Ich denke, es ist Zeit, zu zurück und zu dir deine eigenen Entscheidungen machen. Machen meine eigenen Entscheidungen? Franz ist richtig. Surely, du bist nicht ein Kind mehr. Du hast deine eigenen Asperations. Ich... Ich möchte jemanden wie du. Ich will die Hilfe. Du bist ein schwerer Weg nach vorne. Ich bin nicht Angst. Ich weiß, was ich werde. Es gibt so viele Dinge, die du noch nicht wisst. Die Welt nicht stopt, selbst wenn Leben dich auf den Boden schlägt. Dann werde ich... Ich werde wieder zurück. Was war das? Schau dir! Was ist passiert? Was ist passiert? Es wird wieder auf dem Abdeln. Was ist passiert? Es ist das Druk. Was war das Druk? Das Druk. Was ist passiert? Ist es wird das Druk. I got a stick with the camera Wir müssen sie auf dem Platz beenden. Zeit ist der Grund. Wir versuchen sie zurückzuhren, während Shirley und Sie aktivieren die Guards. Okay, guttunut. Der Kontrolle ist da, da unten. Komm mit mir! Haha, wie du siehst du da? Wir sehen, meine Baby ist in action. Sie sind zurück. Hold die Brücke! Ah, okay, jetzt haben wir einen Bogen bekommen. Okay. 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 goes. ... Die Barriere von der Front Gate ist unten! Holy Jesus! Ich liebe was ich hier. Ich liebe was. Da ist der, da ist der F cours an. Ich bin ja. Sicherlich aber. Ich bin ja. Ich bin ja. Das ist ein, der mich angegriffen ist. Ich bin ja. Das war es so. Ich habe sie! Shirley! Scheiße Klaffen für Shirley! Ich werde meine besten, Zeke. Wir haben noch die Ravagern. Ich bin froh, dass sie zurückkommen sind. Ich werde die Ravagern, Zeke. Danke. Geh auf die Räume. Ich habe einen Arm-Glinder für Sie. Ich bin froh, ich bin froh! Ich bin froh, ich bin froh! Ich bin froh! Oh, ich bin froh! Ich habe so viel Hecht gehört bekommen. Oh, ich habe das hier. Schön, ich bin froh. Ich werde dich nicht Jedi- Sie das nicht tun lassen. Das war die Räume verschleinas. Ich werde mich vor. Für mich ist das Bisschen drauf, Sir. Sonst schlyttest du dir das Bisschen. Für mich ist das Bisschen. Ich werde mich für den Bisschen, Oh man. Okay. Huh? Yup. Ich könnte den Blut nicht mehr aufsammeln. Was ein Scheiß. Schlimme. Wir stabilisierten ihre Kondition mit ein paar Medikation. Aber wir können nicht sicher sagen, ob sie in der Glehrung ist. Die Schlüssel ist ein Biss. Die Ravagers haben in unserem Glehrhaus. Selene und ich müssen Dinge aufsammeln. Zeke war sicherlich gerade jetzt. Du solltest sie sehen. Sie ist in der Infirmary. Jo. Scheint hier nicht so gut zu sein. Bis zu stehen. Ich laufe auch natürlich in die falsche Richtung. Okay. Okay. Ich laufe. 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 Der Freundliche. Aber wir haben Geschenke. Können wir auch mal wieder öffnen. Ich laufe. Können wir nicht sogar unsere Waffen upgraden. So. Dann kann das noch häufiger sein. Perfekt. Wenn ich jetzt mal. Ah. Terminal. Können wir uns Sachen abholen? Geschichte? Ah, ich weiß nicht. Okay. Kann ich nicht vielleicht jetzt mal wenden? Knie. Ja. Oh, okay. Okay. Und... Checken wir uns da mal rein. Ein Problem können wir noch machen. Oder sogar nicht, zwei Sekunden wir sogar machen. Jo. So viel war zu erwarten. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020